Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut komme über euer Haupt. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Stadthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Rechterstuhl und sprachen, Dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, Wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke darüber nicht, Richter zu sein. Und er trieb sie weg von dem Rechterstuhl. Da ergriffen sie alle Sostenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Rechterstuhl. Und Gallio kümmerte sich nicht darum. Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren, und mit ihm Priscila und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchrea sein Haupt scheren, denn er hatte ein Gelübde getan. Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe. Doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, Willst Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein bereter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Musik 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 Musik